Ihr wollt das Thema Video wirklich angehen? Gute Entscheidung. Es gibt verschiedene Plattformen zur Auswahl. Lasst uns mal überlegen, wo könntet ihr eure Videos am besten positionieren? Als erstes Instagram. Instagram ist nicht nur für Fotos, sondern mittlerweile auch sehr, sehr stark für Videos relevant. Instagram ist eigentlich mittlerweile auch eine Videoplattform. Allerdings für sehr kurze Videos. Häufig 15 Sekunden, 30 Sekunden bis zu einer Minute. Viel mehr ist da meistens nicht. Und die Zielgruppe von Instagram ist bekanntlich eher jünger. Also 15 bis 40, vielleicht auch ein bisschen älter. Aber halt nicht im Sinne von wirklich Menschen über 50. Das ist schon eher eine andere Plattform. Nächste Plattform, Facebook. Viele unterschätzen Facebook mittlerweile, weil es nicht mehr so in aller Munde ist, wie das noch vor ein paar Jahren war. Dennoch 25 Millionen Menschen sind jeden Monat in Deutschland auf Facebook. Also ganz viele. Und dort kann man auch sehr, sehr stark Bewegtbilder und Videoinhalte hochladen. Und es gibt die Gruppenfunktion, was es, glaube ich, für viele hier, für kleine Unternehmen, für Fachexperten, für lokale Anbieter attraktiv macht, ist eine Facebook-Gruppe zu eröffnen und dort halt oder in bestimmten Gruppen Videos zu teilen. Dritte Plattform, YouTube. Wahrscheinlich die Videoplattform schlechthin. Gibt es seit vielen, vielen Jahren. Vor allen Dingen aber für längere Videos. Also bis zu einer Stunde oder vielleicht noch länger. Und dort erklären Menschen häufig, was sie tun und versuchen Leuten wirklich zu helfen, was zu beschreiben. Der Autoschrauber, der erklärt, wie er ein Auto repariert. Der Maler, der erklärt, wie er eine Wand malt. Und die Yoga-Lehrerin, die genau eine Übung vormacht. All das ist YouTube wirklich den Leuten einen Mehrwert, ein Learning vermitteln. Nächste Videoplattform, TikTok. Noch nicht so oft gehört. Relativ neu, aber wahnsinnig attraktiv im Moment, weil man dort sehr schnell Aufmerksamkeit gewinnen kann. Insbesondere von jungen Leuten. Die Nutzer von TikTok sind häufig Kinder oder Jugendliche. Aber man schafft es trotzdem, eine Markenbindung oder eine Aufmerksamkeit zu generieren. Denn zum Beispiel zeigt es die Tagesschau, es zeigen Edeka-Märkte, es zeigen auch Anwälte, die dort präsent sind und sich dort bekannt machen. Letzte Plattform, auf die ich euch hinweisen möchte, ist Twitch. T-W-I-T-C-H. Twitch gehört zu Amazon und ist deswegen interessant, weil dort häufig Sachen live gestreamt werden. Das heißt, in dem Moment, wo etwas gefilmt wird, wird es auch direkt ausgestrahlt. Das ist bei anderen Plattformen nicht so oder eher seltener so. Bei Twitch ist es ganz normal. Es hat angefangen mit Menschen, die dort Computerspiele gespielt haben und andere haben zugeschaut, dabei live. Aber mittlerweile kann man dort auch wirklich live Sachen vorführen, erklären, anbieten und versuchen, für diesen Livestream Aufmerksamkeit zu generieren. Wenn das zu euch passt, wenn der Livestream zu euch passt, dann ist Twitch eure Plattform. Wir haben außerdem für euch in der Videobeschreibung hier unten nochmal ein Dokument verlinkt, wo ihr verschiedenste Plattformen vergleichen könnt, was wir ausgearbeitet haben im Detail. Und dort könnt ihr versuchen, rauszufinden, welche Plattform für euch nun die passendste ist. Außerdem gibt es hier nun den Deep Dive für die Vertiefung der gerade von mir besprochenen Plattformen. Also, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Vielen Dank! Vielen Dank!